Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal eine schöne weitere Podcast-Folge hier auf dem Kanal und zwar werden wir uns heute mal über die Arena in Burning Crusade unterhalten. Ja, ein sehr, sehr heiß umstrittenes und diskutiertes Thema momentan, ja, alle reden darüber, in Burning Crusade kommt endlich die Arena wieder, aber es wird irgendwie so gar nicht im Detail quasi diskutiert, finde ich, also es wird nicht drüber gesprochen, welche Setups werden spielbar, wie wird die Meta werden, kommt man in Armory oder nicht, auch unglaublich wichtig, wird es offizielle Turniere geben von Blizzard und solche Geschichten und darüber möchte ich mich in der heutigen Podcast-Folge quasi mit euch unterhalten. Ja, und an der Stelle auch schon mal ein fettes, fettes Dankeschön für das sehr, sehr positive Feedback unter meinem letzten Video. Die schlimmsten Fehler, die ihr quasi in Burning Crusade machen könnt, ist sehr gut bei euch angekommen, ich glaube aktuell über 14.000 Aufrufe, also absolut krank hätte ich nie damit gerechnet, dass es so durch die Decke gehen würde. Das war also das erste Video, wo ich wirklich auch einen höheren, also einen sehr, sehr hohen Bearbeitungsaufwand reingesteckt habe und da will ich auch mehr Videos von machen, von daher würde mich auch sehr freuen, wenn ihr Bock habt, den Kanal hier zu supporten. Einfach mal rein abonnieren, Leute, Glocke anmachen, wir haben immer noch sehr viele Videos hier auf dem Kanal, die Videos schauen, aber nicht abonniert haben und ihr wisst, Leute, das Abo hilft einem auf YouTube wirklich sehr. Ja, die heutige Folge wird quasi eine Podcast-Folge, ja, ich habe einen Podcast quasi auf Spotify auch, das ist der allererste Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch gerne direkt mal raufklicken und dem auch folgen, denn dann könnt ihr euch quasi diese und viele weitere Folgen, da gibt es schon sehr, sehr viele Folgen mittlerweile, auch einfach auf Spotify anhören, finde ich eine mega coole Geschichte. Und auch nochmal der Hinweis an die Leute, die quasi hier gerade auf Spotify zuhören, hallo, 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 auf YouTube, wird es quasi keine wichtigen Bilder oder Videos heute geben in der Folge, wie bei jeder Podcast-Folge eigentlich, die zum Verständnis für das Video wichtig werden. Ja, also ich werde hier im Hintergrund einfach ganz entspannt so ein paar chillige Arena-Szenen einblenden und so ein paar ehemaligen Arena-Legenden aus Burning Crusade, damit einfach die YouTube-Leute müssen uns zu gucken haben, aber es ist irgendwie nicht relevant, um das Video zu verstehen heute. Ja, das ist schon mal sehr wichtig. Genau, Freunde der Nacht, ja, wie gesagt, dann Moin zu einer neuen Podcast-Folge, wo wir einfach so ein bisschen freischnauze, sag ich mal, über WoW Classic und natürlich auch Burning Crusade reden. Ja, die Arena kommt, also hoffentlich, ja, ich hoffe auch, dass Burning Crusade auf jeden Fall kommen wird, das werden wir ja wahrscheinlich hoffentlich bei der BlizzCon erfahren in zwei Wochen. Die Arena wird kommen, Leute, und ein unglaublich, ja, wichtiges und wegweisendes Feature auch für WoW, finde ich, weil einfach, ihr müsst euch vorstellen, durch die Arena ist der E-Sport in WoW reingekommen, ja, also das gab's ja vorher nicht. In Classic gab es eigentlich keine Möglichkeit, wirkliche Wettbewerbe zu organisieren oder sich wirklich mit anderen Spielern zu messen. Ich meine, es gab so ein bisschen die Stammgruppen und dadurch, dass es halt jetzt eben in Classic, also dem Remake von Vanilla, die Wargame-Funktion gab, hat natürlich Blizzard jetzt schon einige Turniere machen können. Ne, also es gab jetzt mal schön ein Warzone-Turnier, es gab ein Marathi-Becken-Turnier, wo ja auch die Apes und so weiter alle mitgemacht haben, ersten Kandidaten da wieder. Aber im originalen Vanilla, also 2005, 2006 so, da gab es ja die Wargame-Funktion nicht in dem Sinne, das heißt, man konnte da keine BGs oder so spektaten, es ging einfach nicht. Von daher war quasi eigentlich die ursprüngliche Einführung der Arena, kann man sagen, so der eigentliche Einzug vom E-Sport in WoW. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Thematik, weil ihr müsst euch vorstellen, für die heutigen WoW-Spieler ist es natürlich so das Natürlichste der Welt. Ja gut, im WoW gibt es halt die Arena so und fertig. Das Ding ist halt aber, damals war es so, dass viele das gar nicht so gut fanden, dass die Arena gekommen ist, weil einfach das zu vielen Problemen angeführt hat. Und da werden wir auch im Verlauf der heutigen Folge ein bisschen drüber sprechen, auch ein bisschen über die möglichen Chancen, die Blizzard hier hat, vielleicht auch jetzt quasi, ja, die Arena-Meter so ein bisschen zu beeinflussen in Classic Burning Couset. Ihr müsst euch vorstellen, WoW war ja eigentlich ein reines MMO in dem Sinne, oder ein MMO-RPG. Okay, und jetzt auf einmal so mit so einem wettbewerbsorientierten E-Sport-PVP-Arena-Ding da reinzukommen, hat natürlich etliche Spieler auch ein bisschen abgeschreckt. Es war dann auch im Laufe der Zeit und auch vor allem in späteren Erweiterungen immer mal wieder so, dass man echt von vielen Spielern auch gehört hat, ey, das PvP macht WoW kaputt. Weil es halt dann einfach immer nicht nur darum ging, also quasi das Verhältnis zwischen Damage und Leben, ja, wie schnell man down geht, wie schnell man gebürstet werden kann, solche Geschichten, wie viel Schaden man macht. Musste auf einmal nicht nur noch für den PvE-Content gebalanced werden, nein, auf einmal musste man auch noch gucken, okay, wie verhält es sich eigentlich in der Arena, ne? Aber man hat dann echt schon bei vielen Dingen gemerkt, die wurden so fürs PvE designt, sag ich mal, vom Game Design her und haben halt dann aber auch in der Arena und im PvP generell, ja, schon für Probleme gesorgt, ne? Und umgekehrt eben auch, dann wurden die Sachen quasi fürs PvP so gebalanced irgendwie und dann waren die Sachen im PvE zu stark. Und deswegen, das war einfach ein unglaublicher Schritt für WoW zu sagen, okay, wir bringen einfach hier so einen E-Sport-Bereich in ein MMO rein. Ja, es ist so, die Arena wird wahrscheinlich kommen mit Burning Crusade, also es ist auf jeden Fall safe und da freuen sich auch schon sehr viele Spieler drauf. Ich auf jeden Fall auch, also Burning Crusade ohne Arena geht gar nicht, finde ich, also macht null Sinn und wäre auch mega kacke. Ich bin auch relativ leidenschaftlicher Arenaspieler, also das habe ich auch immer wieder in Klassik gemerkt, dass mir einfach die Arena auch gefehlt hat am Ende, ne? Also, so, BGs sind einfach irgendwie nicht mein Ding, habe ich auch neulich auf Twitch wieder gemerkt. Das irgendwie so war ich den ganzen Abend mal in BGs drin irgendwie und ich habe es einfach nicht gefühlt, keine Ahnung. BGs sind irgendwie komisch, gerade auch so die, jetzt die Endmeter, den Axramas-Gear-Meter im BG, wo man wirklich in drei Sekunden downgenuket werden kann von jedem, ist nicht unbedingt feierbar. Deswegen freue ich mich einfach unglaublich auf die Arena und bin auch schon die ganze Zeit am Planen, welches Setup ich spielen werde, auf welchen Servern ich spielen werde, mit wem ich spielen werde und, und, und. Ob ich PVE-Gear mit dem Schar brauche oder nicht und auf diese ganzen Dinge werden wir jetzt auch mal eingehen. Ja. Also, die Arena, es gibt verschiedene Brackets, kann man sagen. Man kann 2 und 2 spielen, man kann 3 und 3 spielen und man kann 5 und 5 spielen. Und ich würde mal sagen, die Prestigeprächtigste Größe in der Arena war einmal das 3 und 3 eigentlich. Also auch die ganzen größeren Blizzard-Turniere, die es so gab, wurden eigentlich immer im 3 und 3 abgehalten. Und von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass auf jeden Fall das 3 und 3 auch wieder so die wichtigste Meta werden wird. Ja, da kann man halt eben so diese bekannten Setups wie Rogue Mage Priest spielen, also RMP, VLD, Warrior Log Druid. Das sind so die bekanntesten 3 und 3 Teams. Es gibt noch einige andere. Die Teams werden auf jeden Fall dominieren im 3 und 3. Vielleicht noch Schurke, Druide, Warlock. Ja, so die 3 Teams werden auf jeden Fall im 3 die dominanten Teams sein. Dann haben wir das 2 und 2. Im 2 und 2, das ist so das Bracket, wo ich mich wahrscheinlich ein bisschen drauf spezialisieren möchte. Weil es einfach, gerade auch wenn man Twitch macht, finde ich es einfach entspannter, wenn man da nicht noch mit, also wenn man nicht mit 3 Leuten im Voice ist, sondern nur mit einem anderen. Und da habe ich halt geplant, auch viel Arena mit Mosen zu machen. Wir wollen Schurke, Priester spielen im 2 und 2. Auch ein sehr starkes Setup. Mit das stärkste eigentlich so auch. Also es gibt sicherlich noch ein paar, wo das Skillniveau nicht so hoch ist, sag ich mal. Wo man quasi einfacher noch ein höheres Rating erreichen kann. Da würde mir zum Beispiel Hexenmeister Druide einfallen. Oder auch Krieger Druide unter Umständen. Wobei das auch immer auf den jeweiligen Bereich ankommt. Also wenn man wirklich im Top, Top, Top High Rated spielen will, dann muss man immer sehr gut spielen. Egal mit welchem Setup eigentlich. Genau, also im 2 und 2, das wird so mein Ding werden, da bin ich mal gespannt, war es so, im originalen Burning Crusade gab es quasi für denjenigen, der an allererster Stelle war, also Rang 1 gemacht hat, in dem jeweiligen Arena Bracket, gab es quasi den Rang 1 Titel. Den gab es auch wirklich nur einmal für die Leute, die in dem Team quasi drin waren. Also einmal für die Leute, die im 2 und 2 an der ersten Stelle oben waren, für die, die im Rang 3 ganz oben waren und für die, die im 5 von 5 ganz oben waren. Und diese Titel, die gab es aber im 2 und 2 und im 5 von 5, 5 von 5 weiß ich gerade nicht mehr, auf jeden Fall im 2 und 2, wurde der irgendwann entfernt. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Fand ich mega schade und mega blöd. Man konnte quasi, ich weiß nicht mehr in welchem, ich glaube es war erst mit Burning Crusade, äh mit WUTK. Ja, ich bin der Meinung, ab Season 5, das wäre die erste WUTK Season, da gab es keinen Titel mehr im 2 und 2, bin ich der Meinung. Also quasi kein Rang 1 Titel mehr. Es gab noch den Gladdy Titel, man konnte auch in WUTK noch Gladdy Titel holen im 2 und 2, bin ich der Meinung, aber den Rang 1 Titel gab es eben nicht mehr. Ja, es war zum Beispiel in Burning Crusade, Merciless Gladiator oder Brutal Gladiator und so weiter, es war wirklich ein einzigartiger Titel, den dann wirklich nur die Spieler in dem Pool hatten. Es war also schon sehr, sehr besonders, ne. Und das würde ich zum Beispiel cool finden, ja, wenn wir gerade da an der Stelle sind, dass sie diese Titel einfach auch im 2 und 2 und im 5 und 5, ähm, auf jeden Fall ein komplett Burning Crusade am Start haben, ja, an jedem Bracket, das würde ich auf jeden Fall cool finden. Da hoffe ich, dass sie dann nicht irgendwie was ändern und es da keine Titel oder so gibt, das wäre schon sehr, sehr schade. Genau, deswegen, also ich bin ein guter Shorker, aber jetzt auch kein Top-Shorker, auch im Burning Crusade werde ich safe nicht in den oberen Rängen mitmischen können. Wir werden mal gucken, Mosen und ich, was wir entspannt erreichen können. Ähm, ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, wo wir auch gerade jetzt bei dem Thema sind. Wer wird die Burning Crusade Arena dominieren? Ähm, werden es wieder die Apes-Spieler sein? Werden es irgendwelche anderen Spieler sein? Ich vermute tatsächlich, es werden, ähm, wird so eine Mischung sein aus Retail-Arena-Spielern. Ich glaube, so Spieler wie Van Ruki und Psy-Dew, die ganzen, äh, Kandidaten da, oder auch aktuellere, ähm, BlizzCon-Champions-Arena-Spieler von Retail. Ich glaube, dass die, das hat sich auch in Classic gezeigt, sich relativ gut immer anpassen können eigentlich. Und auch, äh, sehr einfach eigentlich die Arenen in Burning Crusade auch, ähm, beherrschen werden. Und dort auch sehr gut, ähm, abschneiden werden. Die zweite Fraktion, die glaube ich auch sehr stark, ähm, in den Arenen in, äh, Burning Crusade Classic am Schatz sein wird, werden die, ähm, Hardcore Burning Crusade, äh, Privatserver-Spieler sein, die quasi jetzt, ähm, in den vergangenen sieben, acht Jahren nichts anderes gemacht haben, als auf, ähm, irgendwelchen Burning Crusade-Privatservern Arena zu spielen. Wenn man da so ein bisschen drin ist in der Thematik, dann weiß man auch, dass es auf Twitch schon einige Kandidaten gibt von denen, die da auch schon ihre Kanäle am Start haben und die auch jetzt schon regelmäßig live sind. Also wenn ich mir, äh, nebenbei eigentlich mal eine freie Minute habe abends, dann schaue ich da auch, äh, oft rein bei den Kollegen. Die spielen, wie gesagt, jeden Abend Arena, ähm, haben natürlich die Meta und das Gameplay und so weiter und so fort, äh, inhaliert, die letzten Jahre. Hm, von nachher, da gibt's einige Kandidaten, die auch, ähm, zum Teil mit ihren YouTube-Videos echt viral gegangen sind. Ähm, Mör zum Beispiel und etliche andere, die, glaube ich, werden auch sehr, sehr dominant in der Burning Crusade-Arena. Ja, werden und, ähm, die haben auch einen großen Vorteil gegenüber den, ähm, Retail-Spielern oder den Classic-Only-Spielern, sage ich mal, weil die halt auch einfach schon ein Gefühl dafür bekommen haben, wie sich die Arena, ähm, die Burning Crusade-Meta, halt eben auch auf den Privatservern verändert hat, ne, äh, genauso wie in Classic, äh, im Vergleich zu Vanilla, sich halt auch viele, viele Sachen verändert haben, die World-Buff-Meta und, 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 und auch im, im, im PvP haben sicherlich auch einige Dinge geändert. Ähm, so hat sich halt eben auch in Burning Crusade auf den Privatservern, ähm, ähm, ja, eine leicht andere Struktur natürlich entwickelt und man hat mehr Dinge herausgefunden, mehr Dinge gelernt, ähm, ne, man hat neue Add-On-Möglichkeiten und so weiter, schnellere Rechner und, und, und. Es ist einfach, ähm, ja, eine neue Meta entstanden. Ähm, und die Privatserver haben natürlich auch nicht immer perfekt funktioniert und ich denke auch auf den, äh, Burning Crusade Classic-Servern wird sich diese Meta auch nochmal ein bisschen verändern, weil wir dann halt die originalen Blizzard-Werte wieder haben, ja, dann zum Beispiel so Sachen wie Warlock-Pets werden wieder perfekt funktionieren, vom, vom Path-Finding her und so weiter, das war, glaub ich, auch auf einigen Privatservern immer ein Problem für die Warlock-Spieler. Äh, solche Kleinigkeiten können manchmal wirklich ausschlaggebend sein oder falsche Rüstungswerte, auf dem Pad oder, oder wie auch immer. Ähm, deswegen, äh, wird sehr interessant sein, ja, wie die, äh, wie die Burning Crusade Meta generell werden wird. Wir haben viele Einflüsse, wir haben auf der einen Seite die Classic-Spieler, die Classic-Hardcore-Spieler, ja, die ganzen Apes-Leute von Geheners und so weiter, die natürlich auch in die Arena reinpushen werden, vermute ich. Wir haben dann die Burning Crusade Privatserver-Leute, die in den letzten Jahren quasi nichts anderes gemacht haben und wir haben wieder die Retail-Leute, die quasi, äh, in Shadowlands vielleicht gerade sehr erfolgreich Arena spielen, und dann eben auch in dieser Arena-Meta mitmischen werden, ja. Das wird also sehr, sehr interessant werden. Genau. Ja, dann haben wir eben auch noch das 5 on 5, wo wir gerade noch über die Setup-Größen gesprochen haben. Äh, 5 on 5 wird, glaub ich, nicht so relevant werden, war auch im originalen Burning Crusade mehr so eine Randerscheinung. Äh, ist ganz gut, um Punkte zu farmen. Ja, das könnte eine Meta werden. Äh, müsst ihr euch vorstellen, im 5 on 5 braucht man ein deutlich schlechteres Rating, um möglichst viele Arena-Punkte in der Woche zu bekommen, als im 2 on 2. Das war damals so gängige Praxis eigentlich, wenn man einfach nur Arena-Punkte irgendwie farmen wollte in der Woche, möglichst viele. Äh, dann hat man ein 5 on 5-Team gegründet, mit ein paar Leuten ein paar Spiele gemacht, also auch immer Minimum 10 Spiele in einer Woche, damit man Arena-Punkte bekommt nächste Woche. Und das wird so ein bisschen die Meta werden, wahrscheinlich im 5 on 5, dass sich die Leute dort einfach Punkte farmen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die Meta gequatscht. Ähm, vielleicht reden wir nochmal so ein bisschen über, äh, mögliche, ähm, Features oder auch, äh, Überlegungen, die ich auch persönlich in Bezug auf, ähm, die Arena in Burning Crusade habe. Ähm, sehr, sehr wichtiges Feature für mich ist einfach auch die Implementierung von einem Armory. Ja, also von einer, äh, ja, nennt man es irgendwie eine Ladder oder eine, äh, also eine Arena-Ladder, wo man quasi wirklich sehen kann, welcher, welches Team ist an erster Stelle, an zweiter Stelle und so weiter. Äh, und dass man auch draufklicken kann auf die Teams, sehen kann, vielleicht sogar, ähm, welche Spieler sind drin, was haben die für ein Rating, wie viele Spiele haben die gemacht. Also es gab quasi im Original in Burning Crusade auch so ein Armory schon, damals natürlich noch sehr, ja, so anfänglich, ne, war ja auch noch andere Zeit und so weiter, ne, da war alles noch ein bisschen, ähm, simpler gestaltet, sag ich mal, und natürlich auch schwieriger umzusetzen. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass, äh, eine Arena-Ladder in Burning Crusade ohne ein vernünftiges Armory, also ohne eine Homepage, auf die man draufgehen kann, wo man, ähm, sein eigenes Team auch sehen kann, andere Teams sehen kann, vielleicht sogar sehen kann, was diese Teams für Talente haben, äh, das ist halt auch dann wieder vielleicht, ähm, ja, hat Vor- und Nachteile, sag ich mal. Einige finden das cool, wenn man die Talente von den Top-Teams sehen kann, einige finden es wiederum cool, wenn so diese, ähm, ja, wenn die Top-Teams vielleicht auch so ein paar Geheimnisse für sich behalten können, da muss man mal gucken. Übel ist, dass das an der Stelle regeln wird. Aber, äh, ich für mich persönlich kann einfach nur sagen, eine Arena-Season ohne ein vernünftiges Armory und ohne eine vernünftige Arena-Ladder würde ich schon sehr, sehr schade finden. Also, das, äh, ist ein Feature, was, äh, hoffentlich kommt und was auf jeden Fall der ganzen Geschichte nochmal so viel mehr Anreiz gibt, irgendwie, wenn man dann sieht, ey, okay, mein Team ist jetzt hier oben in der Liste irgendwie, ich bin da und da, ich bin über dem Team oder so, also, das wäre auf jeden Fall, ähm, schön, wenn, äh, das kommen würde. Jetzt würde ich gerne nochmal so ein bisschen über, äh, die Arena-Setups sprechen, ja, also, die man quasi spielen kann in Burning Crusade und die auch relevant werden. Ähm, ich denke, das interessiert auch viele von euch, die jetzt schon ihre Arena, äh, Chars vielleicht planen, jetzt schon mal die Teams planen wollen, was man eigentlich erfolgreich in der Arena spielen kann für Kombinationen. Ähm, ähm, genauso wie bei eurer Klassenwahl, auch wieder an der Stelle der Hinweis natürlich, man kann prinzipiell alles spielen in der Arena, ne? Also, ihr könnt mit drei Retri-Paladinen in die Arena reingehen, ihr könnt mit drei Moonkins reingehen, mit was auch immer könnt ihr in die Arena reingehen, aber, äh, natürlich, euch interessiert immer, was werden die stärksten Setups sein? Von daher werde ich mich jetzt auch ein bisschen drauf, äh, konzentrieren, überzusprechen, so, was, was wird die Meta, was werden die, die dominanten Teams sein, ja, aber trotzdem, nochmal der Hinweis, ähm, geht jetzt nicht extra irgendwie, spielt nicht extra Schurke oder Warlock oder Droide, nur weil ich sagen werde, dass die quasi die, die Meta dominieren werden, ähm, ähm, weil, äh, es immer auch, immer auch Spieler gebraucht werden mit gewissen Klassen und so weiter und am Ende fast jede Klasse hat eigentlich ein gutes Arena, äh, Setup, womit man wirklich oben mitspielen kann, ja. Äh, wenn man halt, ähm, wirklich jetzt so, ich sag mal, in sich in die Top-Ten Titel einkämpft, also in die Top-Ten-Bracket quasi vom, vom Pool kämpfen möchte in der Arena, dann, äh, wird es wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Setup schwierig oder in die Top-50 wahrscheinlich, je nachdem, wie wettbewerbsorientiert es wird, wahrscheinlich Top-100 oder so, ist schon, es wird schon krank wahrscheinlich, ja, das ist auch nochmal ein anderes Thema für sich, da könnte man nochmal ein extra Video drüber machen, ja, von daher, das kann man jetzt nicht so genau abwägen, kommt drauf an, wie viel, wie groß ein Pool sein wird, vielleicht gibt es auch nur ein EU-Pool, dann wird es natürlich deutlich, äh, wettbewerbsorientierter, dann wird es deutlich schwieriger, oben mitzuspielen, wenn man jetzt quasi im deutschen Bereich einen eigenen Pool bekommt, wird es natürlich dementsprechend leichter, ne, weil ihr dann eben nicht gegen die EU-Leute reinkommt. Von daher, auf jeden Fall, wenn man wirklich oben, 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 ganz oben mitspielen möchte, dann kommt man wahrscheinlich nicht drumherum, sich auch in irgendeiner Art und Weise eins der, ähm, Top-Setups irgendwie auch zu bauen für die Arena, ja, also, da muss auf jeden Fall irgendwie ein Warlock oder ein Schurke oder ein Druide, muss da schon im Team drin sein, sonst wird es wahrscheinlich eher schwierig, ja. Ähm, genau, also wir fangen einfach mal an, äh, im Toon-To würde ich sagen, ja, was geht im Toon-To ab? Ähm, es gibt auch etliche, wenn ihr mal ein bisschen recherchiert, ich will es hier nicht promoten, es gibt etliche Privatserver, die auch Ranglisten haben aktuell, wo man ein bisschen reingucken kann, was sind so, ähm, die dominanten Teams und so weiter, die am Chart sind, und da wird eigentlich relativ schnell klar, dass der Schurke und der Druide und der Hexenmeister im Toon-To eigentlich, äh, durchgehend dominieren. Hier sieht man auch schon einen interessanten Unterschied zu der Meta im, äh, im originalen Burning Crusade. Da waren deutlich mehr Krieger weiter oben. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es irgendwie auch nur so ein Privatserver-Ding ist, keine Ahnung, ähm, ich vermute aber einfach, dass die Leute heutzutage noch mehr Möglichkeiten gefunden haben, noch perfektere Pings haben, noch bessere Rechner und so weiter, und einfach Krieger noch besser kiten und outplayen können, das wäre so meine Vermutung, äh, dass es dann vielleicht den Kriegern heutzutage ein wenig schwieriger wird, oben mitzuhalten. Weitere Gründe könnten vielleicht sein, dass halt einfach auf den Privatserver natürlich man oft, äh, schon vorher wusste, okay, man will Arena machen am Ende, von daher, äh, sehr, sehr viele Untote am Start sind, ne, Krieger haben halt einfach nur einen einzigen Vier, den sie halt auf Cooldown machen können, und das ist halt dann auch schwierig, wenn man sehr viele Untote-Gegner hat, ist halt ein Vier nicht mehr viel wert, von daher, das könnte auch damit reinspielen, ähm, ist aber nur Spekulation, ja, also es könnte auch durchaus so sein, dass auch Krieger wieder, äh, wirklich im Top-Top-Top-Top-Bereich mit dabei sein wird. Aber das ist halt eben so das, was ich, äh, jetzt mitbekommen habe. Also vor allem Schurke-Druide, ähm, Druide-Hexenmeister und Schurke-Priester sind so die Top-Setups, die ich eigentlich so im Toon-To, ähm, jetzt so beobachte. Das heißt, äh, wenn ihr wirklich da, ähm, mitmischen wollt, solltet ihr halt sich, euch so in dem Bereich orientieren bei eurer Klassenwahl. Kann aber auch noch gut sein, dass sich der Krieger oder auch vielleicht sogar der Jäger, äh, da auch, ähm, in den Bereichen noch etablieren kann. Auch wichtig, aktuell sind viele von den Privatservern, äh, die man hier als Referenz, äh, quasi, äh, sich anschauen kann, in späteren Seasons schon, also Season 3, Season 4, äh, in Season 1, also am Anfang von Burning Crusade, ähm, hat man weniger Resilience, ja, auch wichtig, hab ich noch gar nicht angesprochen. In Burning Crusade kommt ein neuer Wert ins Spiel, der nennt sich Abhärtung auf Deutsch, Resilience auf Englisch, und der, äh, reduziert quasi den Damage, den ihr bekommt, erheblich, ja. Das heißt, ihr geht nicht so schnell down. Und, äh, am Anfang von Burning Crusade ist es halt einfach so, dass die Leute noch relativ wenig Abhärtung haben. Äh, am Ende ist es dann deutlich mehr. Und deswegen sind so diese, äh, Double Damage Teams, ja, so Mage-Schurke, Shadow-Schurke, äh, Hexenmeister-Schurke, keine Ahnung, Retri-Schurke, äh, Mage-Hexenmeister sind am Anfang von Burning Crusade auch im Turn-2 in der Arena noch deutlich stärker, weil er halt einfach eher leichter umgeklatscht werden könnte, so eine Art, ne. Das heißt, es ist halt auch wichtig, ähm, zu beachten, dass sich so die Meta im Verlauf von Burning Crusade verändern wird. Also am Ende, äh, keine Ahnung, Druide-Hexenmeister oder Druide-Schurke deutlich stärker als am Anfang sein, ne. Und nicht nur das spielt mit ein, sondern zum Beispiel auch, ähm, auf welchem Patch-Niveau Burning Crusade kommen wird. Ob es wirklich progressives, äh, gepatcht wird oder ob wir auf dem End-Patch starten werden. Zum Beispiel, äh, war es so, dass der Druide, äh, im ursprünglichen Burning Crusade am Anfang relativ wenig Spell-Damage hatte. Ja, also der hat auch durch Talente, glaub ich, kaum Spell-Damage dazubekommen. Und irgendwann in Burning Crusade, äh, wurde das geändert, da hat der Druide deutlich mehr Spell-Damage auch bekommen. Ja, äh, wie prozentual von seinem Heal-Gear oder so, keine Ahnung. Das hat halt dann dem Druiden erlaubt, deutlich mehr mitzubürsten in der Arena und mit Damage zu machen. Und das war einfach, äh, in der Arena unglaublich wichtig, dass quasi der Healer im Turn-2 halt eben mit Schaden machen konnte. Und das heißt, ähm, es bleibt noch abzuwarten, wie genau die Meta, äh, werden wird. Weil wir noch nicht genau wissen, ey, ähm, welche Patches werden kommen, wann werden die kommen und so weiter. Und daher, äh, das auch im Hinterkopf behalten an der Stelle, ja. Äh, im 3 und 3 wird es wahrscheinlich ein sehr dominantes Setup geben. Und das ist auf jeden Fall, äh, Rogue Mage Priest, ja. Ja, RMP. Äh, RMP war eigentlich auf allen größeren Turnieren und auch damals schon, äh, in den, in den Top. Drängen, äh, immer das Top-3-und-3-Setup, weil man einfach so kranken Burst-Damage am Start hatte und so variabel war. Man hatte halt einen Mage, man hatte einen Schurken, man hatte einen Priester am Start. Man hatte eigentlich gegen alles eine Antwort und, ähm, wenn man wirklich perfekt zusammengespielt hat, konnte man einfach in nahezu jedem gegnerischen Team einen Spieler quasi, ähm, relativ gut down-nuken. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist auch im To-and-To relevant, äh, gerade mit der entsprechenden Racial-Kombi, also, ähm, welche Rasse man quasi gewählt hat. Äh, Triple UD, RMP ist deutlich stärker zum Beispiel. Als andere Rassenkombinationen, äh, wird es auch relevant werden, wie gut euer Team natürlich auch performen wird, ja. Ja, und das ist halt auch so ein Ding, habe ich noch gar nicht angesprochen, ähm, in Burning Crusade wird die Aktionswahl in Bezug auf die Arena auch sehr wichtig. Ähm, es ist leider so, dass die Horde, äh, in der Hinsicht, ähm, ja, fast noch relevanter wird fürs PvP, weil einfach die Untotenfähigkeit ist unfassbar stark in der Arena, ne. Also, das ist einfach ein, äh, brutaler Vorteil, wenn ihr quasi, äh, auf Klick wirklich den 4 wegmachen könnt. Das, äh, unterbricht CC-Ketten mit das Wichtigste in der Arena, einen gegnerischen Spieler so lange wie möglich im CC zu behalten, um den Mate eben zu killen. Und wenn ihr da einfach so euer Trinket sparen könnt und eben Will of the Forsaken von den Untoten nutzen könnt, ein unglaublicher Vorteil im 2-and-2, im 3-and-3, im 5-and-5, egal wo eigentlich. Von nachher, Untot ist auf jeden Fall the way to go und wird auch, äh, ähm, ja, mit Ausschlaggebend dafür sein, wie die Meta sich entwickeln wird. Und, ähm, 4 wird einfach generell dadurch die Fähigkeit 4 ein wenig herabgewertet, weil einfach so viele untote Spieler unterwegs sein werden. Genau, ähm, das zweite Setup im 3-and-3, was sehr dominant sein wird neben RMP, äh, ist, äh, ja, wahrscheinlich Krieger-Hexenmeister-Droide und Schurke-Hexenmeister-Droide. Also diese beiden, äh, Setups, würde ich sagen, sind so auf einem Level wie RMP, ähm, einfach weil sie auch, äh, sehr viel, also sie sind eigentlich, wenn man so will, von der Spielart so ein bisschen genau das Gegenteil. Also gerade Krieger-Hexenmeister-Droide ist eigentlich genau das Gegenteil wie RMP, weil man halt einfach, ähm, ja, unglaublich, äh, viel aushält, so, ne, also, es ist unglaublich schwer, den Krieger einfach wegzunuken, unglaublich schwer, den Hexenmeister wegzunuken und auch relativ schwer, den Droiden wegzunuken in dem Setup, weil, äh, die sich relativ gut ergänzen auch. Äh, und mit dem Setup will man einfach quasi den RMP so zermürben, sag ich mal, dass die quasi irgendwann einfach keine Coulons mehr ready haben, während das RMP eigentlich versucht gegen, äh, das Setup, ähm, so und den ersten, äh, ja, also, dass das Spiel nicht so in die Länge gezogen wird, sondern da versucht man eigentlich mit koordinierten Angriffen, äh, da einzukillen und dann halt das Spiel zu beenden, weil die Warlock-Dots, die ticken halt runter und irgendwann ist halt einfach Ende im Gelände, vom, vom Mana auch her. Ja, und deswegen, ähm, das ist so mit der stärkste, äh, Counter-Setup eigentlich für den RMP. Vielleicht sogar Schurke, Druide, ähm, Hexenmeister noch einen Ticken stärker in der neuen Meta, muss man mal gucken, das wird halt eine, eine spannende Geschichte. Ja, das sind wieder so die Top-Teams, ne, wie gesagt, ihr könnt auch hier natürlich alle möglichen Kombinationen spielen, ihr könnt auch, äh, Retrie, Paladin, Krieger, Schamane im 3-3-Spiel, auch interessant, mit Windfury wird auch übertrieben reinballern, so, aber das sind halt meistens Setups, die, ähm, irgendwann dann halt einen Cap haben und nicht mehr weiterkommen. Ja, ihr könnt Shadowplay spielen, also ihr könnt Hexenmeister-Shadow-Schamane spielen, ihr könnt, äh, natürlich auch einen Hunter mit reinnehmen, für ein bisschen Mana-Drain, solche Geschichten, äh, da gibt's auch etliche, zum Beispiel, äh, Druide, Hexenmeister-Hunter, na, so eine Drain-Kombi, äh, hat man auch früher gespielt, unter anderem, äh, ja, das ist halt, äh, aber wieder nicht die Hardcore-Meta. Ja, 5 on 5, die Setups sind eigentlich, äh, da gab es so ein Setup damals Euro-Comp, nannte sich das, äh, das ist so das Einzige, was mir gerade einfällt, ich glaube, da war immer ein Mage, Schurke, Priester, Druide und Krieger drin, ich glaub, das war Euro-Comp, ähm, sonst würde man auch mal schauen, im 5 on 5 ist für mich persönlich so das Bracket, wo ich die größten Überraschungen erwarte, sag ich mal, so ganz wilde, äh, so 5 Retri-Paladin oder, keine Ahnung, das war auch so eine Meter, die damals mehr so, wie gesagt, so ein Randding war, muss man mal gucken, vielleicht, das wäre noch so die einzige Leather, wo man vielleicht nochmal Überraschungen sehen könnte, eine neue Meter, äh, aber im 2-2 und im 3-3 ist es eigentlich relativ klar für mich persönlich, dass da die Kombis kommen werden, die ich euch genannt habe. Äh, letzter Punkt vielleicht noch, ähm, der auch noch, äh, interessant werden könnte, ist, äh, der Einfluss vom PvE-Gear, denn auf, äh, vielen, äh, Arena-Servern jetzt so in den letzten Jahren war es halt so, dass man vor allem mit PvP-Gear Arena gemacht hat, weil einfach so die Server zum Teil, die wir jetzt gar nicht offen hatten oder die waren verbuggt oder wie auch immer, oder das waren halt reine Arena-Server. Ja, dementsprechend haben die Leute, äh, Arena überwiegend nur mit PvP-Gear gemacht, ne? Ähm, im originalen Burning Couset war es allerdings so, dass das PvE-Gear schon einen, äh, starken Einfluss unter anderem auf das, ähm, Arena-Gameplay hatte, ne? Also, ein Schurke mit den Illidan-Glaves zum Beispiel, der hat halt deutlich stärker gedrückt im TNT, kann man sich vorstellen. Und, ähm, einige andere Klassen haben auch von PvE-Gear profitiert, zum Beispiel der Priester, ähm, ähm, oder also generell Healer, es gab, gab zum Beispiel so, so Stäbe mit sehr viel Wille drauf, die hat man dann reingeswitcht, äh, wenn man am Recken war und solche Geschichten, also, äh, oder zum Beispiel Illidan hat auch einige Waffen gedroppt, die besser immer als die jeweiligen PvP-Waffen waren und, äh, dementsprechend, ähm, ja, wird es nochmal interessant werden, inwiefern die PvE-Meta und das PvE-Gear, ähm, auch Effekte aus Arena, auf die Arena-Meta in Burning Crusade Classic haben wird, weil, wer ja jetzt quasi wieder so wirklich das haben, die Leute, die in Burning Crusade Classic durchsuchten werden und Hardcore spielen werden, die werden ja jetzt wirklich wieder beides machen, ne? Die werden ja PvE und PvP machen, während wir auf den Hardcore-Private Burning Crusade-Arena-Servern eben nur PvP-Gear meistens am Start hatten, ja? Und, äh, genau, das wollte ich nur nochmal an der Stelle anmerken. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die heutige, äh, Lava-Podcast-Episode hier gefallen, ne? Einfach mal ein bisschen über die Arena gelabert, ein Thema, was mir persönlich echt sehr am Herzen liegt, wo ich mich megamäßig drauf freue, Leute, und, ähm, ich unglaublich gespannt bin, wie es so werden wird, ob wir, wie gesagt, einen Armory bekommen, was für Pools wir bekommen werden, ob wir gegen EU-Spielereien kommen im deutschen Bereich, ob wir nur gegen deutsche Leute reinkommen, ja? Schreibt mir gerne mal eure Meinungen oder eure Wünsche auch in die Kommentare, wie ihr euch das so vorstellen würdet. Ich würde es zum Beispiel gut finden, wenn wir gegen EU-Spielereien kommen würden, wenn man auch mal gegen Peo reinkommt oder irgendwelche Elbs-Leute oder so, äh, würde ich schon feiern, aber wie, keine Ahnung, äh, ich müsste nicht unbedingt einen reinen deutschen Arena-Pool haben, äh, aber da hat jeder sicherlich auch so seine eigene Meinung. Joa, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Podcast-Folge, Leute. Wie gesagt, checkt gerne auch, wenn ihr auf YouTube zugehört habt hier, ähm, unten den Link in der Videobeschreibung nochmal ab zu Spotify, folgt dort gerne auch mal dem die Pfeiler-SoW-Klassik-Podcast auf Spotify. Könnt ihr euch während der langen Autofahrt oder, äh, wo auch immer gerade anhören, äh, ist, glaube ich, auch eine ganz coole Geschichte und, äh, wenn ihr den Channel hier supporten wollt, lasst mir gerne ein Abo da, hilft mir sehr, sehr weiter. Wie gesagt, wir haben sehr viele Zuschauer, die immer noch nicht abonniert haben hier, warum auch immer, gönnt euch gerne mal ein Abo und in dem Sinne würde ich sagen, äh, nächste Woche gibt's wieder ein, äh, quasi, äh, qualitativ hochwertig produziertes Video. Heute haben wir wieder eine Chill-Runde hier gehabt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Die Pfeiler. Ciao, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020